Leute, heute spielen wir, also heute zeige ich euch Bücher. Das ist das, das, das und das. Also, wir starten. Wer, machen wir Tic-Tac-Toe? Nein, innen, 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 und das bist du. Wir müssen damit starten. Schweres Buch, aber okay. Ich hoffe, ihr seht mich. Warte, ich gucke nochmal, ob ihr mich seht. Ja, also. Voll geiles Design, aber warum ist das drin? Voll geiles Design. Und dann kommt noch drei Seiten Design, so wie das. Ja, mit einem Tic-Tac-Tac. Das. Und das. Warum ist das für ein Story-Mode? Unsere Echte. Ah, ah. Ja, zum Beispiel. Was ist das Start für Minecraft? Also hier zeigen wir ein paar Tipps. Äh, so als wenn ich Bücher verraten mag, oder so. Das ist Seite 7. Und ja, dann kommt hier, äh, steht, was da, was alles das machen kann. Kürbis, Pferd, Schild, dann noch verzauberter Diamantschwert, verzauberter Diamant, äh, eine verzauberte Diamantrüstung, ein gezähmter Wolf, Wölfe. Wölfe, warum Wölfe, es gibt doch nur einen Wolf. Ja, und Katzen, steht nichts für die Hühner, äh, für die Hühner. Leider. Ich setze mich mal hin. Dann so. Äh, 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 weißt du. Ja, hier stehen dann ein paar Rezepte, so Tränke, Würftränke, ähm, Sattel, wie man macht, Sattel eigentlich kann man gar nicht machen, Entporperlen, es steht, wie man sie kriegt, und dann Nahrung, wie man aufkriegen kann. Dann Bette, hier sind Rezepte schon, wie man Tränke macht, Würftränke, hab ich ja gesagt, schon, und dann Kompass, Boot, so TNT, Feuerzeug und ein, äh, Goldapfel. Äpfel, mein ich. Ja, also. Eigentlich wollte ich euch noch ein Ding sagen. Wir werden auch ein paar Tipps auf den Playstation spielen. Yes. Geil, Mann. Eigentlich, nein, ich werde das nur auf ein anderes Video lassen. Dann hier, hier zeigt der kleine Mini-Landin. Dieser Stück quietscht so. Äh, also der kleine Mini-Landin. Er sagt, wo man diese Caves finden kann, und so, und dann kommt Patrick, äh, Guder. Goida. Der zeigt, äh, äh, solche Bilder. Dann Leonards... Gramm. Geil. Ah, mein Buch. Also, wir können voll viel zeigen, aber wir werden dann keine Zeit mehr haben. Ich zeige noch zwei Seiten. Also. Ding, 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 ding. Ich lese jetzt alle Namen vor. Es gibt Agnes Larsson, Michael Stolke. Ich heiße Michael. Jens Bergenstein. Daniel Bustendorf. Bustendorf. Und ja. Sie zeigen sehr, sehr viele Bilder und erklären sehr vieles. Hier, das weiß ich alles nicht. Also, das wird sehr, sehr hilfreich sein. Ähm, eigentlich, wir lassen mehrere, äh, mehrere Teile für mehrere Bücher, weil jetzt wollen wir ja auch ein Teil für machen, wie wir spielen. Und ja. Alles. Danke. Danke. Vielleicht werde ich noch Musik da reinstellen. Keine Ahnung. Vielleicht nicht. Schon gewusst? Boah, geile Sache, Mann. Ja. Guckt mal ein anderes Video. Vielleicht wird es hier oder hier oder hier oder überall nicht sehen. Also. Klickt auf mein Minecraft Video. Geht einfach in meinen Account und sucht da das Minecraft Video. Es wird bald neue Teile mit diesen Büchern haben. Ich schwöre es euch. Guckt so viele. Und das werden wir auch noch mal fertig machen. Also. Ja, sehen uns dann, wenn wir dieses Minecraft Video mal machen. Ich werde es eigentlich jetzt posten. Ja, komm. Bis zum nächsten Mal.